KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung ihrer Immobilie geht. Erstklassiker Service, hervorragendes Know-how, Seriösität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Gestern am 24.04.2018 kam es zu einem Kellerbrand in der Sauerbruchstraße 6. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, war das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses mittlerweile stark verraucht. Eine weibliche Person befand sich im ersten Obergeschoss des Hauses und wurde von der Feuerwehr befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Die Ludwigshafener Berufsfeuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Allerdings mussten zahlreiche Nachlöscharbeiten getätigt werden. Insgesamt wurden fünf Personen dem Rettungsdienst übergeben. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben getätigt werden. Aufgrund hoher Hitzewirkung wurden im Keller Versorgungsleitungen beschädigt und mussten von den technischen Werken getrennt werden. Im Einsatz waren Feuerwehr Ludwigshafen mit 27 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen. Der Rettungsdienst, die Polizei sowie die TWL. Die Wälder Der Rettungsdienst, die Polizei und der Schadenshöhe. Die Wälder Die Wälder Die Wälder Der Rettungsdienst, die Polizei und der Schadenshöhe. Die Wälder